Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Die Fahrzeugtour Teil 2 startet. Wir wollen ja noch ein paar Fahrzeuge kaufen, haben dafür noch ein bisschen Geld. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns hier auch um unsere Skipisten kümmern. Wir wollen ja weiter gute Einnahmen generieren, möchten auch, dass die Gäste zufrieden sind. Und dementsprechend sich auch hier wohlfühlen. Von daher haben wir da erstmal ein bisschen was zu verarbeiten. Wir werden erstmal schnell die 21 Pisten wieder instand setzen. Ich hoffe wir haben danach noch Geld, um entsprechend hier noch ein Fahrzeug zu kaufen. Ansonsten wäre das jetzt sehr peinlich. So, sieht aber gut aus. Was sagt unser Geld? 88.000. Ei, 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 das ist nicht ganz so optimal. Wir gucken mal, welche Fahrzeuge fehlen uns denn. Der Titan fehlt uns noch. Den können wir uns schon mal kaufen. Ja, für den Kuga müssen wir noch einen Moment warten. Dann gucken wir uns aber in der Zeit schon mal den Titan an. So, wenn ich hier rauskomme. Danke. Wow. Ja, der ist wohl ein bisschen älter. Das ist nicht so ganz die moderne Variante. Was mich schon mal irritiert, der hat keine Nummern-Schilder, der hat keine Blinker. Der ist so gesehen eigentlich gar nicht für den offiziellen Straßenverkehr zugelassen. Hm, seltsam. Gut, steigen wir mal ein. Klingt wie ein normaler Traktor. Wir gucken mal innen rein. Okay, sehr interessant an dem Fahrzeug. Er hat kein Gaspedal, keine Bremse. Also wir können den gar nicht bewegen. Schmerz. Äh, ja, also etwas seltsam. Die ganze Geschichte. Wir gucken mal. Fahren wir eine Runde. So, klingt genauso wie der Traktor eigentlich. Fährt allerdings nicht ganz so schnell. Gucken wir uns das mal von außen an. Das ist ein Allradlenker. Das ist also auch schon mal sehr interessant. Hat er, achso, äh, nicht gleich hier kaputt fahren. So, Licht hat er, okay. Ja, hat er auch eine Rundum-Leuchte. Die hat er auch. Allerdings hat er keine Nummern-Schilder. Also dürften wir den eigentlich so gar nicht fahren. So, vorne hat er einen großen Aufsatz. Das heißt, da können wir also auf alle Fälle auch eine Schneefräse oder sonstiges dransetzen. Was wir da sonstiges dransetzen können, gucken wir jetzt noch mal. Der Titan. Ah ja, um die Schneefräse anzuhängen. Gut, alles klar. Schneefräse ist also dann selbsterklärend. Gut, damit haben wir die Fahrzeuge an sich soweit mal durch. Ja, Pisten, Bulli und das kennen wir alles. Gehen wir mal erst mal zu den Anhängern. Den Transportschlitten haben wir, den Rettungsschlitten haben wir. So, hier haben wir verschiedene Kipper. Ich denke mal, die brauchen wir nicht unbedingt alle zu kaufen. Mit diesem Kipper können Sie an die Schneefräse anhängen und direkt mit Schneefräsen füllen. Das ist okay. Das heißt, dass wir also einer, den wir hinten an die Schneefräse dransetzen, könnte man den an die kleine Orangene dran bauen. Das wäre allerdings eine coole Sache. Das machen wir jetzt auch noch mal. Wir kaufen den mal. Ich gucke gerade mal. Wir haben ja irgendwo... Ja, das ist das Blöde hier. Ich muss jetzt mit Tab durchschalten. Da ist es. So, dann fahren wir den Knappen nochmal zum Händler. Das ist nämlich dann so eine richtige Kombination. Und das macht dann auch Sinn, dass das Gerät so im Prinzip, ja so flexibel im Einsatz ist. So, jetzt muss ich nochmal gerade gucken, dass wir hier wieder in Richtung unseres Händlers zurückkommen. Da bin ich hier gerade völlig auf dem falschen Weg, glaube ich. Ja, nicht ganz. Denn wenn wir jetzt hier, wie gesagt, den Kipper noch hinten dran haben, den kleinen, können wir ja im Prinzip den Schnee, den wir einsammeln, durch die Rotation der Düse, entsprechend direkt in den... Genau, so ungefähr dann direkt in den Kipper reinpacken. Das will ich nämlich jetzt auch nochmal testen. Das stelle ich mir sehr interessant vor. Also du auf Skischanze. Nein, danke. Das hat sich dann mal erledigt. Da ist der kleine Kipper dazu. Ja, der passt von der Farbe und vom Größenverhältnis auch sehr gut da rein. Mal gucken, dass wir den noch ankuppeln. So, dann haben wir den nämlich auch noch dran. So, und jetzt wollen wir das mal probieren. Wir schalten das Ding mal ein. Und müssen natürlich jetzt schauen, dass wir auch den richtigen Ausstreuwinkel finden. Ah ja, so funktioniert das. Seht ihr? Jetzt können wir nämlich tatsächlich hier den Kipper mit Schnee füllen. Funktioniert aber auch nur beim geradeausfahren. Und sobald man in die Kurve fährt, ist da ein bisschen das Problem. Funktioniert dann nicht mehr so toll. Ja, also das klappt wunderbar. Mal gucken. Dürften ja so knapp 7000 Liter passen da rein. Jo, das finde ich ja mal eine schicke Sache. Gefällt mir. Mal gehen mal auf Fahrstufe 2. Das wird hier mal ein bisschen schneller füllen. Ja, weiter runter können wir nicht. Aber immerhin. So, die Schneetextur innen drin, die erhöht sich entsprechend auch. Das ist wunderbar. Und wir machen gleich noch was für die Zufriedenheit. Das ist ja auch schon mal richtig edel. Na, wenn wir hier gerade mal drehen. Die ist auch sehr empfindlich, was sagen wir mal so Bordsteine und Co. betrifft. So, dann können wir nämlich hier den Kipper schön füllen können. Gleichzeitig die Straße ein bisschen rollen. Also, das ist so im Prinzip, steht ja auch da, Lizard Pocket. Die kleine Ausgabe davon. So kann man im Prinzip dann die Straße rollen und den Schnee gleich verarbeiten. Wie sieht das hier aus? Jo, da oben fliegt der Schnee da rum. Das ist cool. Jo, also wieder eine neue Kombination kennengelernt. Ich finde die ganz knuffig, die Kombi. Aber man muss natürlich darauf achten, wenn man die dann benutzt, dass man die ausschließlich nur beim gerade Ausfahren sinnvoll einsetzen kann. Ansonsten hat man nämlich das Problem, dass das, äh, ja, nicht so wirklich im Kipper drin landet. Sobald man also etwas stärker in die Kurve fährt, ist dann da Zappe. So, und man hört auch aufgrund des Geräusches direkt, wo noch Schnee ist und wo nicht. Das ist auch schon mal gut gemacht. Hier ist zum Beispiel jetzt kein Schnee. Hier ist jetzt wieder Schnee. Also das Motorgeräusch ist ziemlich gut nachempfunden. So, und wir fahren aber jetzt mal hier rein. Möchten ja, wie gesagt, auf alle Fälle auch noch was weiteres kennenlernen. Aber die Kombi finde ich mal richtig süß. So, die finde ich ja mal richtig süß. So, und jetzt gucken wir mal hier rein. Tatsächlich, da liegt Schnee. Ha, süß. Wir können im Schnee rumtollen. Ob das Fußabdrücke gibt? Trum, 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 trum. Äh, nö, gibt gar nichts. Gut, okay. Dann gehen wir wieder rein. Was soll's. Wir haben nämlich noch ein Fahrzeug zu kaufen, was wir uns auf alle Fälle angucken wollen. Dafür gehen wir in die Rubrik Fahrzeuge zurück. Nämlich, wir haben den Jaguar noch hier. Den werden wir uns jetzt auch mal kaufen. Und da bin ich mal gespannt, weil das ist ja ein absolutes Monstrum. Denn, wenn man genau hinliest nochmal, hinliest, ja hinguckt und liest, der allseits bekannte Lizard Jaguar ausgestattet mit einer Schneekanone, um in jedem Gelände genügend Schnee zu erzeugen. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Wo steht der Freund? Ach, da hinten steht der Freund. Wow, das sieht ja mal, wow, das sieht spacig aus. Das ist absolut spacig. Also, ein super Kettenantrieb. Starke Federung, ist klar. Na gut, die Front erinnert mich an eine andere Fahrzeugmarke. Hinten die große Schneekanone. Wow, also das ist echt edel. Das ist echt edel. So. Okay, auch der hat entsprechend die Traktorgeräusche. So, da haben wir die Schneekanone. Die können wir auch in jedem Bereich steuern. Okay, das lässt sich also in jedem Bereich. Ne, ich will die jetzt noch nicht starten, sorry. Äh, so, ja, also war eben etwas kurz irritiert. Okay, aber wir schauen es jetzt natürlich auch mal an. Auf umwegsamem Gelände soll der also auch alles hinkriegen. Das werden wir doch mal testen. Mal gucken, wie gut der... Wow, also der ist springfreudig. Das ist definitiv ein Kandidat für die Skischanze. Das wird bestimmt hochinteressant. Und er ist auch ziemlich schnell, muss man sagen. So, und jetzt fahren wir einfach mal hier ein Stück hoch. Ähm, halt, wir hatten ja gesagt, so in Richtung Piste 9 am besten. Äh, Piste 9 ist dann doch eher da drüben. Okay. Also unwegsames Gelände. Wow, gar kein Problem. Super Federung. Finde ich jetzt schon mal ganz klasse. So, und jetzt fahren wir hier mal ein Stück hoch. Und da will ich nämlich mal diese Schneekanone austesten. Vielleicht nicht gerade an einem Teil, den wir gerade präpariert haben. Das wäre ein bisschen ungünstig. Oh, auf zwei Rädern kann er auch. Oder auf zwei, äh, Ketten. Wie man das so nennen mag jetzt. Äh, fangen wir hinten hoch. So, und dann haben wir gleich hier mal einen freien Bereich. Da werden wir mal testen, wie jetzt die Schneekanone funktioniert. Bin ich auch mal gespannt. Kenne ich so ja auch noch nicht. Oh, fahren wir erstmal hier ein wenig nach oben auf dem Hügel. So, dann schalten wir den Kasten mal ein. Turbine läuft an. Ah, ja. Und dort wird jetzt Schnee generiert, produziert. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier das Ganze ein bisschen drehen. Oh, das sieht richtig cool aus. So, und was mich natürlich interessiert ist, bleibt der Schnee da liegen? Gibt es da eine Textur dafür? Mal schauen, wie weit wir da jetzt Schnee sozusagen produzieren können. Und ob der liegen bleibt und wo der liegen bleibt. Also hier in dem Bereich sehe ich noch nicht so viel. Gucken, ob es hier weiter vorne mehr gibt. Können wir hier unten mal so einen riesen Schneehaufen hinmachen, aber ich glaube, das funktioniert so gar nicht. Ja, doch, so ganz langsam erhöht sich das da ein bisschen. Da müssen wir den aber schon ganz schön laufen lassen. Und was ich jetzt voller Schrecken sehe, schaut mal auf die Finanzen. Ich gehe mal hier runter in Echtzeit. Guckt mal, wie weit das nach unten geht. Also, wir haben hier unheimliche Wasserkosten zu tragen. Das ist ja absoluter Wahnsinn, was wir da an Kosten haben. Das geht ja richtig massiv runter. Puh, Baby, Baby, Baby. So, jetzt gehen wir mal ganz so am Rand der Skipiste. Okay, also der bringt nicht unheimlich viel Schnee jetzt auf einen Schlag. Das Problem ist, was ich jetzt sehe, dass der also sehr viel Geld verschlingt. Ohne, dass sich da unheimlich viel an der Schneetextur tut. Ja, also jedenfalls definitiv auch ein interessanter Kandidat. Gerade, weil es die mobile Anlage ist. Ja, da können wir leider nicht weiter. Ne, also 360 Grad schwenken geht nicht. Aber wir können hier wunderbar im Prinzip den Schnee verteilen. Also die Textur ist schon mal gut gemacht. Gefällt mir. So, jetzt können wir im Prinzip hier mal ein bisschen es schneien lassen. So, fahren wir mal hier rüber. Können wir sogar vielleicht die ein oder andere Kuhle hier einfach zumachen. Mal gespannt, ob das so hinhaut. Ich glaube, da muss der ziemlich lange für arbeiten. Wenn ich runter steige, läuft die weiter. Ja, die Schneekanone läuft weiter. Das ist cool. Können wir uns das nämlich hier mal genau angucken, ob sich da jetzt an der Textur noch was ändert. Nö, eigentlich nicht, ne? Sieht jetzt nicht so aus. Ah, doch, so ganz langsam kommt da noch was drauf. Ja, doch. Also die Schneetextur wächst weiter. Das heißt, man kann hier richtig eigene Hügel und eigene Geländer aufbauen. Also das ist auch was für Leute, die nicht gern so Schneedesign was machen wollen. Braucht natürlich viel Geld. Aber funktioniert. Und man kann die Schneekanone auf alle Fälle auch entsprechend laufen lassen, während man sich woanders auffällt. Finde ich tolles Auto. Macht richtig Laune. Könnte ich mir in einem längeren Spiel auch vorstellen für ein Let's Play. Okay, naja gut, zum Einschalten ja. Aber ich glaube, da wäre dann vielleicht eine andere Kategorie interessanter. Denn da wäre es vielleicht gut, vielleicht sogar 1, 2 feste Beschneiungseinrichtungen aufzubauen später. Aber die gucken wir uns natürlich auch noch an. Dieser Kandidat jedenfalls, der wird definitiv ein Kollege für unsere Skischanzenabteilung. So, komme ich da hinten wieder runter? Ne, komme ich nicht. Das war jetzt schlau. So, also dagegen fahren. Den Test hat er auch bestanden. Das klappt. Er hat unheimlich viel Kraft. Guck mal, der kommt hier fast 40 Grad Steigung hoch. Und dann stellen wir den nämlich auch mal gleich hier hin, den Freund. Dass wir hier auch schon mal loslegen können. Wunderbar. So, ähm. Die kleine Scherba, das ist klar. Wo sind wir denn jetzt hier wieder an unserem... Ah, ja, ja. Genau, da unten sind wir. So, jetzt sind wir soweit hier mit der Sache schon mal durch. Ähm, aber wie gesagt, also den kleinen Hobbit-Dutch, den werde ich hier nicht mit zur Skischanze nehmen. Wir gucken noch mal in den Händler rein. Also bei den Fahrzeugen haben wir, glaube ich, jetzt alle durch. Genau. Gucken wir bei den Anhängern noch mal. Wir haben also dann noch einen kleinen Kipper und noch mal einen mittelgroßen Kipper. Ähm. Der hat 21.000 Liter Fassungsvermögen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Da können wir also richtig gut Schnee transportieren. So, und ähm. Mit was wir uns morgen beschäftigen, wird dann die Rubrik Geräte sein. Es gibt nämlich einiges. Es gibt hier Twin Cannon, normale Kanone, mobile Schneekanone. Ähm, dann gibt es noch einen Lizard Salzstreuer, den wir noch ansetzen können. Wahrscheinlich können wir den direkt an den Traktor bauen. Die Lizard Schneefräse, die sieht von der Farbe aus. Ah, Deutz Agrotron M620, okay. Dann haben wir hier noch mal Beschneiung. In den entlegensten Ecken leicht verstellbar. Und, ähm, Kunstschnee vom Feinsten. Preis-Leistungsverhältnis optimal. Okay. Die kann frei auf... Ah, das sind fest auf der Karte platzierbare Objekte. Genau wie diese Lanzen. Die Schneilanzen sind nämlich auch interessant. Kosten aber richtig, richtig viel Geld. Da bin ich mal gespannt, ob die überhaupt später auch ihr Geld wert sind. So, wir drehen die Zeit wieder auf das Dreißigfache. Dort geht es morgen weiter. Ja, dann, ähm, würde ich mal fast sagen, gehen wir morgen in den Bereich Beschneiungsanlagen mal rein. Das wird bestimmt auch ein sehr interessantes Thema. Und, ja, dann werden wir die Beschneiungsanlagen durchhaben. Ich weiß nicht, ob wir das in eine Folge kriegen oder ob ich zwei draus mache. Das sehen wir mal. Weil die Beschneiungseinrichtungen sind, denke ich mal, schon sehr interessant. Wir haben auch gesehen, die kosten unheimlich viel Geld. Allein der Wasserverbrauch, also so wie beim Landwirtschaftssimulator, wenn man da dann die Gewächshäuser hat und sich Wasser aus dem Brunnen holen will. Also das geht richtig ans Geld. Aber wir wollen ja auch mal gucken, ob die Skipisten, das können wir eigentlich gerade mal machen, ne, sieht man im Moment nichts. Der obere Balken, hier ist die Schneemenge, ob die entsprechend auch jetzt variiert, nachdem wir ja so ein mobiles Gerät haben. So, für heute, denke ich mal, sind wir durch. Wir haben einige neue Geräte kennengelernt. Morgen geht es mit der dritten, mit dem dritten Teil der Tour weiter. Und in diesem Sinn sage ich für heute aber erst mal, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus. Und tschüss.